Was für ein Glück, das muss sich am Wochenende ein Mercedes-Fahrer aus Düsseldorf gedacht haben, nachdem der Motor seines Wagens kurz vor einer Feuerwache in Brand geraten war. Er stellte den Wagen ab und hoffte auf schnelle Hilfe, doch bei dem Gebäude vor ihm handelte es sich nur um eine Rettungswache. Einzig zwei tapfere Rettungsdienstler mit Feuerlöscher konnten den Kampf mit den Flammen zunächst aufnehmen. Es dauerte sieben Minuten, bis zwei Löschfahrzeuge der Feuerwache Garath ihnen zur Hilfe kamen. Doch auch sie konnten den Totalschaden des Mercedes nicht verhindern.